Ein Blow-Up-System bzw. Blow-Hopper. Lohnt sich das? In diesem Video schauen wir uns mal ein kleines neues Upgrade von mir an, was nun schon seit einigen Wochen bei mir im Einsatz ist. Auf Instagram habe ich schon ein wenig vorgestellt und nun wollte ich auch in einem YouTube-Video darauf eingehen. Aber fangen wir von vorne an. Ich habe ja schon früher berichtet, dass ich mit meiner Mühle der Eureka Mignon Specialitar Single Dosing betreibe. Das bedeutet, ich fülle nicht den kompletten Hopper mit Bohnen auf, sondern wiege eben jede einzelne Dosis, in diesem Fall meistens 18 Gramm, einzeln ab und schütte sie in die Mühle. Das macht man aus dem Grund, um die Bohnen möglichst frisch zu halten, weil je länger sie in der originalen Packung bleiben, desto besser. Es ist natürlich nichts für die Gastronomie, für den Workflow zu Hause bietet es sich aber an. Aber nur wenn man die Grammanzahl vorher abwiegt, heißt das natürlich nicht, dass auch diese 18 Gramm wieder aus der Mühle kommen. Beim Espresso-Bezug ist Konsistenz sehr wichtig, weil kleinste Veränderungen der Variablen einen großen Einfluss auf den Bezug haben können. Deswegen wäre es sinnvoll, das Mahlgut im Siebträger nach dem Mahlen abzuwiegen. So kann man davon ausgehen, dass ihr dann wirklich mit den Gramm gebrüht habt, die ihr abgemessen habt. So lassen sich Espressi am besten reproduzieren. Auch ein Fehler, den ich häufig geschickt bekomme, dass die Grammanzahl im Vorfeld zwar abgewogen und in die Mühle geworfen wurde, aber die Bezüge trotzdem unterschiedlich sind. Der Schlüsselbegriff lautet hier Totraum der Mühle und spielt eine große Rolle. Hier wird grundsätzlich zwischen zwei Arten von Toträumen unterschieden. Es gibt passiven und aktiven Totraum. Als passiven Totraum werden diese Stellen der Mühle bezeichnet, wo sich Kaffeemehl häufig nach dem Kauf oder frischen Reinigen in die Ecken der Mühle setzt und so manchmal bis zum nächsten Reinigen drin bleibt. Das ist dann häufig zum Beispiel in Hohlräumen bei Schrauben der Mühle der Fall. Dieser Totraum hat allerdings kaum oder keinen Einfluss auf den täglichen Espresso-Workflow. Ganz im Gegenteil zum aktiven Totraum, der auch deswegen seinen Namen erhält. Den aktiven Totraum finden wir häufig direkt im Raum zwischen Auswurf und Malscheiben wieder. Das kann zum Beispiel an dem Flapper der Mühle der Fall sein, der das Mahlgut zum Großteil entklumpt. Oder es hängt direkt im Auswurf der Mühle fest. Dieses Kaffeemehl im aktiven Totraum hat logischerweise Einfluss auf unseren Espresso-Bezug, weil es beim nächsten Mahlprozess wieder vom neuen Kaffeemehl herausgedrückt, befördert wird und in unserem Sieb landet. Das neue Mehl nimmt dann wiederum den Platz im aktiven Totraum ein, wenn zuvor nicht extra etwas ausgemahlen wurde. Man erhält also trotzdem häufig seine Grammanzahl, weil sich altes Kaffeemehl mit neuem mischt. Häufig sind dies um die 1 bis 3 Gramm. Problem dabei kann sein, dass altes Kaffeemehl an der Luft natürlich sehr schnell altert. Es wird poröser und verfälscht aufgrund seiner Struktur und seiner Durchlaufzeit. Einer der Gründe, weshalb manche Bezüge plötzlich schneller durchlaufen als andere, obwohl dieselbe Grammanzahl im Sieb ist und getampft wurde. Hier kommt mein neuer Blowhopper ins Spiel, den es auf Etsy zu kaufen gibt. Ich habe auch einen schönen aus Silikon gesucht, leider schießen da die Preise aufgrund von internationalem Versand sehr in die Höhe. Auch das originale Blowup-System war mir etwas zu teuer, deswegen hier eine günstige Alternative. Diese Silikonbalks, beziehungsweise in diesem Fall aus TPU, einem 3D-Druckmaterial, gefertigt, sorgen dafür, dass der aktive Totraum durch einen Druckstoß beim, beziehungsweise gegen Ende des Mahlprozesses sehr stark reduziert wird. Nicht ohne Grund sind neuere Single-Dosing-Mühlen auf kleine Silikonbalks-Wäge umgestiegen, die eben die letzten paar Gramm im Auslauf herauspusten. Und wir rüsten es bei unseren Mühlen einfach nach und bedienen uns derselben Methode. Mit einem kleinen Experiment wollte ich außerdem testen, wie groß der aktive Totraum bei der Mühle wirklich ist. Dafür sollte die Mühle natürlich nach dem Reinigen eingemahlen sein, sodass der passive Totraum kein Faktor mehr ist. Danach habe ich versucht, den aktiven Totraum möglichst gut auszumerzen, indem ich mit Schütteln und Pusten des Blowhoppers so gut wie alles bis zum Auswurf hinaus befördert habe. Siebträger auf die Waage, tarieren und nun schauen wir uns, was von den 18 Gramm ohne Pusten mit meiner vorherigen Methode, einem zusätzlichen kleinen Rütteln, übrig geblieben ist. Nach dem Wiegen waren es ungefähr 16,5 Gramm, also sozusagen zusätzliche 1,5 Gramm, die noch in der Mühle stecken. Die wollen wir jetzt natürlich herausholen, also Siebträger wieder drunter und wir drücken den Balk nochmal kräftig für 4 bis 5 Male, während wir die Mühle nochmal angemacht haben. Und siehe da, das restliche Kaffeemehl kommt heraus. Nochmal auf die Waage damit und 18 Gramm. Perfekt, genau das war mein Ziel. Bedeutet, dass es 1,5 Gramm an altem Kaffeemehl sind, die den Espresso wirklich verfälschen können. Aber tun sie das gravierend geschmacklich? Im tagtäglichen Gebrauch, in dem die Mühle nicht verstellt wird, vermutlich nicht. Bei längerem Abstand ist es durchaus möglich, da man Abweichungen in der Durchlaufzeit feststellt. Außerdem ist es nun einfacher, kleine Veränderungen am Mahlgrad durchzuführen, weil viel weniger altes Kaffeemehl mit altem Mahlgrad in der Mühle steckt. Das ermöglicht natürlich auch das Mahlen verschiedener Bohnen auf verschiedenen Mahlgraden. Für mich ist es natürlich aber auch der Perfektionismus und die Leidenschaft, wenn ich mich mit dem Hobby beschäftige. Und der Gedanke aus dem Setup, welches hier gerade vor mir steht, das Beste herauszuholen. Was gibt es außerdem mit dem Hopper zu beachten und inwieweit hat sich dadurch mein Workflow verändert? Zum einen ist mir eine Sache aufgefallen, nämlich der Fakt, dass es manchmal in meiner Kaffeeecke etwas dreckiger war als früher. Kleine Kaffeepartikel, die rund um die Mühle herumfliegen, nachdem der Blowhopper kräftig benutzt wurde. Erstmal natürlich logisch, wenn mit Druckluftstößen gearbeitet wird. Eine Sache, die mir in diesem Fall unheimlich geholfen hat, war die RDT-Methode, die ich schon einige Male auf dem Kanal erwähnt habe. Es ist die Ross Droplet-Technik und bezeichnet das Sprühen von Wasser auf die bereits gewogenen Bohnen, die kurz danach in die Mühle geworfen werden. Dadurch sind die Bohnen nicht so statisch aufgeladen und im Mahlprozess geht weniger Mehl verloren, da die Streuung minimiert wird. Super nützlich, da es ebenfalls die Sauerei rund um die Mühle verringert, da alles im Sieb bzw. am Dosierring bleibt. Eine kleine schwarze Sprühflasche, die sogar zu meinem Setup passt, gibt es ganz günstig bei DM. Und als zweites habe ich mich in letzter Zeit mit der Thematik Cold und Hotstart einer Mühle auseinandergesetzt. Diese beiden, sozusagen Methoden, bezeichnen den Zustand, in dem sich die Mühle befindet, wenn die Bohnen eingeworfen werden. In einem Cold, also einem kalten Start, werden die Bohnen als erstes in den Bohnenbehälter geworfen, nachdem sie gewogen wurden. Danach lässt sich bequem der Siebträger nehmen, die Mühle anschalten und mahlen. Bei einem Hotstart hingegen werden die Bohnen erst in den Hopper geworfen, nachdem man die Mühle angemacht hat. Das heißt, die fallen in ein laufendes Mahlwerk, anstatt bereits zwischen den Mahlscheiben zu liegen. Das soll den Vorteil mit sich bringen, dass das Mahlgut gleichmäßiger gemahlen werden kann. Auch, weil es von einigen Herstellern von hochwertigen Mühlen empfohlen wird, kann es sicherlich nicht schaden, weswegen ich auf einen Hotstart meiner Mühle umgestiegen bin und die Bohnen einwerfe, wenn ich zuvor mit dem Siebträger die Mühle angeschaltet habe. Bisher kann ich sagen, dass ich kaum Unterschiede im aktiven Todraum und Durchlaufzeit festgestellt habe. Das sind dann vermutlich auch nur kleine Unterschiede. Und das war auch schon mein Video zum Blowhopper. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann freue ich mich natürlich über ein Like und ein Abo, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Hier verlinke ich euch noch weitere Videos von mir, die euch interessieren könnten. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.